Der Traum eines einzelnen Mannes soll zum Albtraum für die ganze Welt werden. Dr. Devil will die Welt beherrschen und es gibt keinen, der ihn stoppen kann. Denn er hat eine schreckliche Waffe. Chaos-Kapsel. Doch es ist ihm bereits jemand auf den Fersen. Das Spike-Chief. Wir halten den Burschen auf, bevor er überhaupt losgelegt hat. Zerstören. Feuer! Es funktioniert nicht! Wir wurden sabotiert. Eine neue Ära wird anbrechen. Die Ära des Chaos. Die Ära des Chaos-Kapels. 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 Die Ära des Chaos-Kapels.